Hallo, ich bin Lisa Charpentier und ich bin am Januar in 2001 geboren. Ich bin also 16 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich und ich wohne in Duclair. Das ist eine kleine Stadt neben der Fluss Lassen. Ich habe mehrere Hobbys. Die Sport, die ich ausruhe, sind Tennis und Golf. Ich liebe Golfspielen. Ich gehe da viermal durch die Woche. Ich mag Musik hören. Ich höre alle Stilischen. Ich mag gern auch lesen und schlafen.